Als ich Kind war, konnte ich nicht gut verstehen, was Kurd bedeutet. Ich bin in einem arabischen Gebiet geboren und dort aufgewachsen. Und wirklich alle meine Freundinnen und Freundinnen und Nachbarn waren Araber. Und in meiner Familie habe ich auch nur auf Arabisch gesprochen. Die kurdische Sprache war auch nicht nur verboten, war verpönt. Die kurdischen Jugendlichen wollten über kurdische Fragen diskutieren. Und sie wollten auch die Gesetze kritisieren. Wir haben wirklich alle Jungen gehört, die wirklich an den Versammlungen kritisiert haben. Alle waren entweder verhaftet, wurden auch getötet. Wir wussten nicht genau, was mit ihnen passiert ist. Weil bei uns gibt es keine richtigen Medien. Und sie sprechen nicht darüber. Und alles, alles, alles bei uns in Syrien ist Geheimnis. Unser Nachbar zum Beispiel wurde verhaftet. Wir wussten nicht wo oder wann oder was. Wir durften nicht fragen. Wir hatten Angst überall. Überall gab es wirklich Spitzel und Spinion. Und deswegen hatte man viel Angst. Und alle waren überzeugt, dass die Wende Ohren haben. Ich war nicht freiwillig, als ich in die Schweiz gekommen bin. Ich war wirklich gezwungen. Mein Arbeitsplatz war wirklich sehr gefährlich. Wir mussten Bomben hören. Und das war wirklich so schlimm für uns. Weil, stell dir vor, im Kellner, im Keller, viele Beamten und viele Bomben. Und bei jeder Bombe habe ich viel gebetet und habe ich viel geweint. Und nicht nur ich, alle. Und ich dachte, alle meine Körper waren gezerrt. Wir konnten aus Aleppo flüchten mit humanitären Visum. Und das war dank des Rottenkreuz. Ich möchte mich allen Schweizer und Schweizerinnen bedanken. Weil, wirklich, sie waren so nett zu uns. Und ich habe wirklich festgestellt, dass die Leute hier in der Schweiz hilfsbereit sind. Alle Beamten, die aus Syrien kamen, sind wirklich von der Regierung gefährdet. Und sie können nicht zurück nach Syrien. Ich finde es sehr erstaunlich, warum hier in der Schweiz gibt es zwei Status für Flüchtlinge. Was ist der Grund? Warum? Wir sind alle Syrer. Wir sind alle von dem Krieg geflüchtet. Warum? Das konnten wir nicht so gut verstehen. Warum? Und wir sind alle Opfer. Warum haben wir Verläufige aufenthalt? Warum? Wir sind als Beamte auch sehr gefährdet. Und wir können nie mehr zurück. Wirklich. 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 Wie ist es ein Einsatz Movie? Wirklich. Sind wir die Zweifel-Wong? Wirklich. Da? Wadırk!